Dann rege ich mir das auch so. Es ist der Slippy. Ähm, aber diesmal, ich glaub, hat Maxi auch nicht so krass so... Also das ganze am Ende hab ich einmal ganz kurz gecheese und ich wach und wieder so, oh, gleich geht's los, so, ne? Ähm. Ja, das war immer so cool. Ich lag's vorne und das ist immer immer auf. Letztes Mal. Ich hab gedacht, scheiße, jetzt verlier ich. Letztes Mal, nee, letztes Mal. Ja, ich hasse Cheese halt. Ich kann nicht mit Cheese klar. Ja. Versteh ich auch. Maxi auch so schnell. Das ist krass. Und der Pianospieler. Der Pianis. Das mal wer versucht, ich will das mal sehen. Jemand, der Klavier Mini spielt. Das gibt's. Achso. Das ist schon ziemlich lustig. Das Felsch nochmal passiert, oder? Peach ist auch so cool damit. Gibt's auch noch nicht mal so lange in die Box. Was ist das Laktosentoran? Was? Wenn er richtig keinen Cheese mag. Achso. Nee, das ist nicht Laktosentoran, sondern einer der Menschen, der halt... Kein Milch generell ist. Ey, tatsächlich. Ich bin der einzige Mensch, den ich kenne, der so Milch so richtig gerne mag. Okay. Ich liebe Milch einfach. Manchmal läuft man so am Einkaufsregal vorbei von der Milch, sondern ist da so eine richtig schöne Flasche so. Und du denkst dir so, jetzt hast du noch so ein Glas Milch. Dann kaufst du die. Und das ist immer geil. Und Cheese ist halt verdorbene Milch und der hat ruiniert dich. Das stimmt tatsächlich. Ich bin kein guter... Also Fan vom Käse schon ein bisschen, aber nicht des Käses halber, weißt du? Oh Basso, Hostel mit 10 Personen. Oh Basso. Das ist mir persönlich viel wichtiger als ein Ascure Raid. Was geht's? Oh, der Steifer. Herzlich willkommen, wir hatten 10 Personen von Basso. Young Saathoff. Aus Bayern. Und Gekko146. Was geht? Oh mein Gott, der zeigt uns den Pallada Spezi, Alter. Ab geh's. Der muss auch kommentieren. Ich? Ich mach doch schon. Genau, Kommentator. Jetzt musst du aber auch kommentieren. Ich finde so, ja klar, sag mir, ich soll meinen Job machen. Ich bin einfach mal dafür, dass wir mal im Discord reingehen und Banane kommentieren. Wenn er so reden kann. Banane kann einfach herkommen. Digga, ich hab Banane-Kommentary können auch richtig lustig sein. Banane kann einfach mal her und kommentieren selbst. Oh. Okay, Maxi, Maxi, aufdrehen noch mal kurz. Oh, okay. Schade, schade. Wenn Dennis jetzt so eine große Lied hier noch mal an dem Start ein bisschen aufdrehen kann. Banane, Consti und ich, wir könnten das ultimative Salz-Trio reden. Obwohl, du hast den Buff gesehen, wo Niki Icy's gespielt hat. Oh mein Gott. Das war, das war, das war, das war wie es schießt. Heide. Nein, also, das ging sogar noch. Das ging sogar noch. Das war sneaky einfach nur. Das war Laktose-Freiheit-Schieß. Oh. Auf ne Art. Oh, okay, schön. Das ist ja nicht die Stimme. Keiner hat die Stimme dafür. Ich glaub, du hast ne sehr schöne Stimme. Jetzt bin ich noch alles offen für Maxi. Maxi, vor allem auch, ich kriegst so ein sehr schneller, so... Wenn der mal kurz aufdreht, dann sind sie auf einmal drei Stocks weg. Da wollte er einen Schein haben, das hätte echt was sein können, aber... Uh, Dennis, schön geredet, dass kein Shorten kommt. Maxi, nehme ich einen kleiner, auf jeden Fall Full-Length Side-Ber auf ne Art manchmal. Und dafür, nee, es steht jetzt 1 zu 0 für Dennis. Ich werde mir nochmal einen kurzen Lachs Wasser holen, dann bin ich gleich mal wieder frei. Man muss danach ein bisschen näher und versichern. Man muss ja nicht so weit nach vorne lehnen. Die können die gerne fressen. Saftetier lässt, esst hier Blut und Wacker. So. Jetzt sind wir hier. Maxi direkt ein bisschen am Ausreden. Die sind 69% auch bekommen. Nice. Aber bleibt ein bisschen in seinem Movement hängen. Also das hätte schon... Ich weiß nicht, was er gekillt hätte, aber... Dennis, sehr smart. Mal erst ein paar Minuten, um die 69 wegzukriegen. Er hat die 69-Energy getötet, ja. Was an sich... Das könnte auch Karma bedeuten. Das könnte sein, dass... Dass ihm irgendwas irgendwann in... Weißt du, auf der Suche nach der großen Liebe, dass ihm das halt dann... In den Arsch bei ist. Nee, nee, 69. Das hat man oder hat man nicht. Das ist ne... Das weißt du, das ist ne... Ne Energie, ne Vibe. Ja, das ist halt die... Oh, schöner Abzelt da. Das hat die Pflicht vom Gegner, die Vibe wiederzunehmen, sonst... Ich weiß nicht, was sagt das über dich aus, wenn du halt diesen Vibe zerstören möchtest? Nee, das ist... Das muss man ja, sonst verliert man. Ja, aber du kannst das ja... Du kannst ja nicht gleich einen Doppelbonus kriegen. Du kannst ja nicht den Vibe kriegen und dann auch noch den Gegner verfügen. Du hast ja die Möglichkeit, die Gegner mit 69% von der Stage zu werfen. Oder mit ein bisschen mehr als 69%. Und warum willst du das machen? Ja, weil er bei 69% überleben würde. Aber hat er doch so auch, oder? Ja... Bin ich mir ziemlich sicher. Uh... Das hat weh getan. Dennis auch... Schon wieder starke Führung hier. Da muss ich Maxi ein bisschen was ausdenken gleich. Diese Up-Smashes sind sicher nicht... Oh mein Gott, Dennis! Ich wär für... Trade... Fair gewesen. TB8. Ey, was für tolle... Toll, dass der das schmeißt. Es ist... Es ist... Der prensselbergische Sniper. Also... So... Zwiebel zu Ariel kommen musste. Der war schon sehr sexy. Der hannoveranische Sniper. Oh! Oh! Wer? Ah, schade. Maxi mit der Lösung. Bier. Dennis ist geil. Hallo Bux! Solange es sich nicht in zu große Versuchungen führt, habe ich es gar immer zu. Hauptsache es geht... Guck mal... Und wir sehen hier ganz kurz auch ein gutes Beispiel. Bux kommt in den Chat und verrät direkt seinen eigenen... Gymnasium-Mitmele-Spieler Maxi. Wie redet das denn, halten Jan und ich immer zusammen? Weil wir halt Schiller gemüsst sind. Was hat er denn gemacht? Was? Was hat Bux denn gemacht? Na Bux hat für Dennis gechiert, so mehr oder weniger. Und dabei ist er ja mit Maxi zur Schule gegangen. Ah, ist er das? Ist er aus Berlin? Oder Bayern? Bayern. Bei den Bayerns. Nee, warte mal. Ja, ja. Also... Nein, nee, nicht wirklich eigentlich. Ich weiß nicht ganz genau, wo das mit dem Schulding war, aber das habe ich irgendwann rausgefunden. Ich war komplett geflasht davon. Schiller gemüsst. Schiller gemüsst, Digga. Ja, oder größer als Schiller. Ich habe Schiller gemüsst und die beste Mädelsschule Berlins. Kann ich auch noch sagen. Vielleicht... Wie hieß das von dem Paulus und Pauler? Der einzige, oder? Nee, die Paul und Paulus sind doch zur selben Schule gegangen. Aber welchen? Weiß ich nicht mehr. Auch Schiller. Nee, das wäre lustig. Oh, Dennis! Ich kann es seit der ganzen Zeit nicht verraten. Was für eine Bierantwort? Was ist denn Banane? Dennis ist wirklich hier am aufdrehen. Dennis spürt in seinen Fingerspitzen schon den Win. Und will sich denn hier... Der Fingerspitzen schon den Turnier win. Das ist... Oh, Dennis! Er hat auch so viele Turnips einfach offstage getroffen. Das ist absurd. Oh Gott! Wie macht der Mann das? Der deutsche Sniper? Das ist vielleicht ein bisschen... Äh... Falls du mal hier warst, äh... Heide? Kennen wir uns vielleicht, aber ich kann gerne in die Kamera fliegen. Heide war schon mal hier, ja. Aber das weiß ich, ob du schon mal... Ähm... An dem Tag, wo die Nadine da war, war... Äh... Ofis da. Ich weiß nicht, ob du da warst, Heide. Ich glaube schon, ne? So, weiß nicht, ob man es gesehen hat. Home Office. Nee, warte mal. Du bist ja nicht mehr Home Office. Wir waren auch Home Office. Seit Corona Home Office. Oh, da war ich da. Genau, da muss ich es nicht sehen können. Das war ich noch mal hier. Oh, du magst dich auch immer wieder in Führung? Aber nur ganz, ganz knapp. Das war eine Katastrophe. Oh, Dennis! Das ist sein drittes Stitch heute. Ich hab... Ich hab den Mann noch nie Stitches... Also ich hab den Mann noch nie Stitches ziehen sehen gefühlt. Drei Stitches und ein Saturn. Verrückt. Und ein Laserschwert. Zwei Saturn sogar, glaube ich. Dennis heute einfach, äh... Ein Mann an den Karten, würde ich sagen. Das ist, was damals, äh... Gagius Julius Cäsar meinte, als es um die Würfel ging. Jo. Da... Ich erinnere mich auch dran. Stimmt, ihr habt gegessen draußen. Da war ich... Wo wir Wein getrunken haben, ne? Da hast du uns beobachtet. Äh, beobachtet? Wenn du das weinst. Äh, nicht das daneben. Ich hab wie gesagt, wir haben Wein getrunken dabei. Ja, ich weiß. Mann, Maxi so schnell. Aber hängt in der Seile grad. Das ist knapp hier. Oh, Dennis schön gewartet. Nicht gerollt. Schöne Abi von Maxi auch. Aber er ist wieder Offstage. Wird getroffen. Und es ist vorbei. Dennis... Alle. 3-0. Ach, schon vorbei. 3-0. Dennis hat heute die Eier auf den Tisch gehauen. Ich hab doch...